Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. In der heutigen Folge sind wir natürlich wieder auf dem Server Z1 unterwegs. Nicht nur, dass wir in dieser Folge absolute Fights in Celeno hatten, nein, der Teufel durfte dieses Mal die DayZ Standalone absolut spüren. Türe, Türe, Türe! Hab ihn! Alter, hier drin sieht's aus wie beim Massaker, ich schwör's dir. Das ist ja nicht normal. Ja, wir sind hier beim Real. Einmal hin, alles drin. Nein, ich... Nein, 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 nein! Trotz, dass wir natürlich alle wissen, dass dieses Spiel den einen oder anderen absolut brechen kann, hab ich mich nicht unterkriegen lassen. Und wir hatten natürlich noch eine einigermaßen friendly Bekanntschaft mit Waffengewalt. Ja, wir regeln das jetzt ganz entspannt. Und jetzt legst du einfach mal deine Plattenweste mit der Diegel auf den Boden und deine ganzen Waffen und dann darfst du auf jeden Fall am Leben bleiben. Kann ich natürlich machen, ja. Alter, guck mal, was wir mit dem gemacht haben, guck mal, wie der schaut. Wow, Schuss nach unten! Sniper! Ja, ja, ich bin hinter dir. Der ist bei mir, der ist bei mir am Auto, am Auto, am Auto! Und natürlich, bevor wir es vergessen, liebe Leute, ich wünsche euch natürlich ein wundervolles, gutes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt die Zeit natürlich gut mit eurer Familie verbracht. Und an dieser Stelle würde ich jetzt einfach sagen, lehnt euch zurück, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Jetzt geht's rein in das Video. Ich sterbe als Erster. Wollt ihr in die Stadt? Ja, ich würde in die Stadt gehen, oder? Ja, ja. Ich würde mal an der Treeline erstmal hinlang gehen, aus dem Militär noch mal gucken. Ich bin in Munition. Bin vorerst bei dir. Scheiß, Zombie, hier mitten im Wald, Alter. Fangen wir das Post noch mal mit zu? Bist du frei? Ich kann dir was geben. Ich bin ja da mit dem ADS-Zone gekämpft, Alter. Das sind so die schlimmsten Zombies, die so hin und her rennen. Wir leuchten da hinten noch. Ich mach mich auf den Weg. Okay, let's go. Boah, Alter, sie sieht so ab hier oben. Ah, die Tötslo ist egal. Mach Tötslo. Zecho, du snipest von oben, oder wie? Ich bleib hier so ein bisschen, ja. Hab sie. Nur ein bisschen bald. Ja. Hast du da noch was zu essen? Ich hab essen. Ja, ich brauch dich was, ja. Ich bin beim Kier. Hast du einen Scope auf die andere Scheune hoch? An der Garage da vorne seid ihr an dem kleinen Schuppen, ne? Ja. Auf jeden Fall offen die Scheune hoch. Da ist einer drin. Da ist einer drin. Ja. Ein Spieler? Oder Leiche? Ein Spieler. In Prison? Ja. Ja, ja, ja. Es sind zwei, es sind zwei. Pass auf, Neuss. Sehr schön. Sehr schön. Alright, ich bin rechts. Einen hab ich. Nein, 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 nein. Doch. Einer ist, einer ist dauernd. Aber da ist noch ein zweiter. Rechts, rechts, wenn es die Treppe hoch geht. Warte, warte, warte. Ich pushe einmal auf die linke Seite. Achtung, der guckt, der guckt. Granate. Nice. Ich pushe mit rein. E-Boss, E-Boss ist tot, Vorsicht. Oh nein, da hab ich. Unten sind alle dead. Vorsicht, oben. Ich mach unten auf. Warte, ist der dead hier? Safe, 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 safe. Jetzt ist er dead. Wenn du oben. Ich bin oben. Wir kommen rein, wir kommen rein. Achtung, ich mach Türe auf. Oh, da ist einer drin. Nein, 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 nein. Ich schieße durch die Türe. Zombies, Alter, bei mir. Achtung, ich geh rein, ich geh rein. Ich komm rein, ich komm rein, ich komm rein. Ich bin drin, ich bin hier an der Tür. Nee, alles gut. Nice, safe. Die zwei haben wir. So, liebe Leute, E-Boss. E-Boss, Grüße gehen an der Stelle raus. Ich nehm einen Schluck auf dich, Digga. Wo sind denn die ganzen Fliegel? Oh, Schuss draußen. So, der schießt. Der schießt? Das war draußen. Draußen, ja. Kein Schuss gehört. Schöne. Direkt vor uns. Halt den Fall. Die kommen, warte, lass mich mal runter. Vorsicht, aber bitte nicht an der Kante stehen, weil so habe ich die Türe gut im Blick. Achtung, warte, warte. Und so, dass ich links weg kann, ne? Falls irgendwas sein sollte. Ja, ich bin ganz hinten, ich liege auf dem Boden. Tyson, du stehst mir ein bisschen im Weg, falls der rein pusht. Die laufen hinter dem Chris rum. Der läuft rechts rum. Ja, ja. Warte, ich mach mal die Türe auf. Pass auf, Digga. Ich habe Schiss, dass so eine Nate durchs Fenster fliegt, ne? Ja, ich mach zu wieder. Jetzt sitzen wir fest hier. Ich guck mal, dass keiner hin zu uns auf Backsteingebäude geht. Oder im Schollensitz. Soll ich die Tür schießen? Jetzt ist halt die Frage, was tun wir? Warten wir, bis die einen Fehler machen? Ja. Oder rennen wir raus? Warte, vielleicht habe ich gerade einer, hat eine Waffe rausgeholt. Kommt wahrscheinlich jetzt rein. Jo, hab's gehört. Das Schöpfchen hinter dem Prisoner. Alter, wir alles auf die Tür ziehen. Das überlebt ja nicht, schau mal hier runter mich. Hinter uns. Ja, der kann hier reinbacken, ne? Das Fenster habe ich im Blick, wo er losspringen kann. Ah, okay. Perfekt. Denkt ihr, ich kann eine Granate oben durch diesen Schlitz werfen? Hm, das ist hier schon wieder eine Belagerung, kann das sein? Was ist hier los? Vielleicht ist ja einer von denen draußen verringt. Hey, ist ganz oben Feuerwehrturm einer? Nein, gell? Geschirr. Warte, warte. Ich weiß das nicht. Der hat noch jemanden zu tun. Da unten ist ein Direkt hinter dem Sanddecken. Links von der Garage. Ja, 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 ja. Da unten läuft der, kommt ihr hin, kommt ihr hin. Er, Granate, 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 geh weg, weg, weg. Vorsicht, der macht gleich die Türe auf, der, der wird gleich die Türe aufmachen. Holy shit. Digga, ich habe den nicht gesehen. Noch eine Nade. Dann haben wir von den falschen anderen Sandzecken gesprochen. Ich habe so Angst, dass eine durchs Fenster fliegt, die an die Treppe. Noch eine Nade. Zehnten Wald, zehnten Wald. Ja, ja, ja. Bin ich, bin ich, bin ich. Also, was bist du oben im Wald? Ich bin, ah, Granate, mit mich getroffen. Bist du dead? Nein, 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 nein. Der hat mich nur nicht mal angefreckt. Tür ist abgeschlossen bei, ähm, unten, wo man reinglitschen kann. Ich bin krank. Jungs, warte. Wer hat Tür aufgemacht? Ich war das. Hier will einer reinspringen, glaube ich. Wie schießt einer? Ich check die Vordertüre, ne? Ich bin an der Vordertüre. Ich habe das Backstein-Haus im Visier. Wir hätten jetzt vom Wald geschossen. Ich habe vom Wald geschossen. Das war Zecho, ne? Zecho, ja. Unsere Rückendeckung, der Junge. Ey, war einer unten an Gleisen, aber... Wer ist hier drin, Alter? Wer ist hier unten drin? Wer ist das? Wer ist das? Weg damit! Ist das? Der hat sich gerade eingeloggt. Holy shit! Was passiert hier? Hä, wo war der? Holy shit, was passiert hier? Was passiert hier, Bro? Wo war der? Der Typ hier. Hier hinter uns. Trommelmagazin, KM, wer will. Ich muss reloaden. Ich muss ihn küsse mal alles, Alter. Okay, versuchen uns wegzuschnacken. Zecho, kriegst du den? Ja, ja. Jetzt ist Position, glaube ich, weil ich sehe ihn nicht. Wunder an der Ecke, oder wo? Ja, ja, das bleibt. Oh, der hat mich. Bist du dead? Ja. Ich muss Position wegziehen. Türe, Türe, Türe! Hab ihn! Yo, wer war's? Ich weiß es nicht. Der Evil. Ich habe gerade keinen Scope drauf. Holy shit, ich hatte gerade sowas von hart kein Aim, Alter. Steffen, du liegst links in dem Raum, oh, dann, oder? Wow. Nein, nee. Wow, 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 wow. Nein, ich sehe dich, ja. Das war aber aus der Richtung von da, wo der Dienst liegt. Zecho. Der Sniper im Wald. Ich habe nichts gehört. Alter, ich sehe ihn auf dem Dach, ich sehe ihn auf dem Dach. Habe ich gerade wieder hingelegt. Wenn ihr das Backsteinhaus seht, ne? Ja. Er liegt auf der rechten Hälfte des Backsteinhauses, oben drauf. Auf der rechten Hälfte, er ist schwarz angekleidet. Rechte, rechte Hälfte? Rechte Hälfte, das heißt, du musst so, so wie ein Fliegel. Das sind 300 Meter, das sind 300 Meter von dem Wald aus, wo du bist. Ich sehe ihn, er cloucht. Ich meine, ich bin in Prison drin. Er riecht gerade auf dem Dach rum. Pass mal hier auf die Tür auf, ja. Er ist jetzt in der Mitte. Ah, guter Schuss. Hast du ihn erwischt, Zecho? Ja, ja. Nice one. 300 Meter, ne? Was macht der Lachs hier oben? Alter, hier drin sieht es aus wie beim Massaker, ich schwöre es dir. Das ist ja nicht normal. Ja, wir sind hier beim Real. Einmal hin, alles drin. Totalzeit-Treffer hat Sundays getötet. 379 Meter, geiler Typ, Alter. Wow, was ist denn da los? Ja, Digga, ich habe gerade so hart gebackt. Du bist hier Spider-Man-mäßig über die Decke, Digga. Exorzist. Alter. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, wir haben aber auch ein anderes Problem, wenn wir nachher die Bombe hier einschlägt, ne, da sind wir im Arsch. Oh ja, Digga, ich habe doch auch eingekillt. Weil wenn wir hier drin bleiben, sind wir definitiv festgesetzt. Was glaubst du, wie die da draußen auf uns warten gerade? Ne, vor allen Dingen, wenn die Bombe hier einschlägt, wir sind befunden, das fressen, die können abhauen, wir sind im Arsch. Ja, das stimmt. Das ist bei euch vor dem Prison-Lash. Zombie ist bei mir unten. Wenn ihr rauskommt, rechts. Nice. Nein, Bambi. Habt ihr ihn? Kraus, klar. Richtiger Hass. Der Leu... Das sind zwei Leute da unten. Ne, einer. Oh, mein Gott. Ich hab geschossen, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hinterm Panzer liegt er. Nice one. Müsste ihm in den Kopf... Oder in den fettem Rucksack war das, glaub ich, ne? Müsste fett in den Kopf gegangen sein. Darkman, aufpassen, du sitzt total im Aim hier. Das sind wir nicht. Schall gedankt. Ja, ja, hinten an den Containern, hinten an den Containern am Bahnhof. Bei den drei Containern direkt vor unserer Nase. Ja, rechts, Zombie getriggert. Pass auf deinen Kopf auf. Boah, das ist so geil, Leute. Vorsicht, bevor eine Nate fliegt, ne? Lass hier zu machen, Lass hier zu machen. Ja, ja, wie du kannst. Ah, zu risky. Zu risky, oder? Jetzt davor zu rennen. Ja, ich glaub, du packst. Oh, Joker, oh, Joker. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, was tut ihr da? Junge, Alter, ich sag, ich mach die Tür zu, Alter, Joker. Dann könntest du nicht mitkommen. Alles gut, lebt ihr noch? Nein, schieß auf. Ja, ja, alles gut. Alter, Marc. Denkst du, ne? In dem hier. Ja, der kommt. Oh, okay, ja. Alter, was geht... Offiziers-Baracki drinne. Alter, Alter, Alter. Was ist hier los? Was geht ab, Alter? Was schießt ihr da? Der ist in der Offiziers-Baracki drinne. Auf den schießen wir. Ach so, okay, sorry. Also, pass auf eure Köpfe auf. Also, jetzt spart eine Seite. Wenn es Nacht wird, sollen wir hier raus. Dann gehen wir raus. Safe. Der Regen kommt, unsere Schwanz, Jungs. Warte, jetzt haben wir die Rechte. Tür auf, Tür auf. Ich komm runter. Nee, nee, warte, warte. Ah, ich bin tot. Oh, ja. Nate, Nate, Nate. Soll ich dir alle um den Knoten kommen? Ja. Digga, ich bin gerade nur an die Treppe. Ich war noch nicht mal unten. Hoffi, was war das? Warte. Warum kann ich nicht? Ich hab noch zwei Jahre auch Knoten, wenn ihr raus wollt. Vor allen Dingen kapierere ich nicht. Wie kommen die so schnell an die Waffen? Ja, hier. Überall liegen Waffen. Lass mich mal durch. Nein, ich... Nein, 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 nein. Was ist denn da? Kannst du es? Ich bin tot, weil ich da so rumgeglitscht bin. Zwei unten. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Natürlich hat mich dieser Glitch fast gebrochen, aber ich bin so schnell wie möglich wieder nach Celeno, um mich aufzuluuten, denn wir sind aus Celeno absolut nicht rausgekommen. Nein, 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 das bin ich hier oben. Servus. Ja, alles gut. Ich wollte nur mal gucken. So, ich hab jemanden... ...Geson genommen. Wow, holy shit. Wo kam das denn jetzt her? Ja, so, von wo kam der jetzt? Ich bin mit Jay in der roten Halle. Ich bin Double Brown. Ich bin mit dem... Backstein, Unconscious. Der hat Zombie, denke ich mal, gerade. Wurde jemand gekillt? Nein, ich bin Unconscious vor Backstein. Ich wäre verletzt wahrscheinlich. Also, er ist entweder hinter der Feuerwehr oder hinter der Feuerwehr. Also, im Moment sehe ich gerade noch gar nichts. Ich sehe nichts vor der Feuerwehr. Blauer Hubsack bin ich. Ich komme, ich komme. Ja, ja, ja. Ich gehe jetzt rein. Ich gehe jetzt rein in Backstein. Ich habe Leck, ich habe Ultra Leck. Ich muss ins Heal zurück. Luke, ich bin hinter dir. Ja, äh, lass uns die Zombies wegmachen. Luke, ich bin hinter dir. Zombies für mich. Alles gut, Martin? Ja, alles gut. Mit was hat denn der geschossen da? Männer, kann einer von euch kurz leer machen, dass ich die Leiter hoch kann? Hab einen Plan. Dann pushe ich die von oben. Ja, ja, wird euch noch. Mach mal, muss ich nur sagen. Jetzt, Schoko. Ich bin oben, ich bin oben. Oh Gott. Ich hätte ja mal voll was drauf, Alter. Ja, soll mal ran pushen. Alle zusammen. Ja, Moment, Moment. Lass mich kurz spotten. Boah, schon wie ein Affe. Die Teile sind da hinten bei dir. Ja, ich probiere gerade durch die Türe zu ballern, um die zu erwischen, aber ich erwische die nicht. Die sitzen genau dort, wo du runterrutschen kannst in der Feuerwehr. Komm dran. Hey, das gibt's doch nicht. Ist oben einer auf dem Dach. Ja, ja, das bin ich. Komm ran. Ja, die sitzen da, die sitzen, ne? Nein, das war so close. Ich geh durch, ich geh durch. Die sind beide runtergesprungen. Die sind jetzt irgendwo unten in der Halle. Okay, da pusht uns von hinten. Achtung. Scheiße, ich seh die nicht mehr. Bist du das hier unten an der Feuerwehr? Ich bin an der Feuerwehr. Rutsche. Unten, unten bei mir. Ich komm, ich komm runter, ich komm runter, ich komm runter. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice, good job. Wir haben zwei Kratze hier. Hab zwei. Wer unten Feuerwehr? Steppt jemand bei uns ran? Yo, Tür ist aufgegangen. Wer kommt da hoch? Wir. Unten, ja. Bin ich, bin ich, bin ich. Ja, ja, alles gut. Okay, wir müssen jetzt in Zufrieden sein. Ey, fliegt gleich eine Nade hoch, ich seh's kommen. Ah, einer Treppe. Wo? Wer kommt? Der ist tot. Ja, Digga, das ist so. Digga, was? Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich aber auch. Ist safe, keiner mehr da. Was? Bei dir ist alles gut, oder du stehst so komisch rum? Ich bin einfach am besten stehen gut. Was ist jetzt los mit dem Guten? Ich denke, Martin, hast du jetzt gerade hart erwischt. Ist er jetzt wirklich einfach rumgefahren? Ja, guck mal, wie der hier rumliegt. Hier unten waren wir bei uns drin. Oh, ist das einer von uns? Scheiße, ich hab's nie sehen können. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bleib mal hier bei dem hier, dass wir den nicht verlieren. Ich glaube, es war ein Ness Noobs, oder? Ah, nee, Tod von oben, alles gut. Alles gut, Tod von oben. Du musst halt ziemlich weit oben rein zielen, dann. Ja, weil das hat überhaupt nicht getroffen, obwohl ich durch die Türe geschossen hab. Oh, oh, da will uns einer pushen. Jules. Hast ihn. Aber natürlich hab ich ihn... Mies, durchs Oberlicht geholt. Huch, da hab ich wohl jemanden getötet. Geil, huch. Wow, wow, was geht ab? Was geht ab? Ich bin tot. Das war dein... Das war Dings, äh... Snipes. Warst du gerade in der Feuerwehr, oder was? Ja, in der Feuerwehr drinne warst du. Bei meiner alten Leische. Ich bin verwirrt. Hä, was passiert hier gerade? Mich hat einer durch die Wand... Durch die Wand getroffen. Ja, Moment mal, Jay, du bist auf der Treppe, oder? Dann kann der ja nur hier in dem Raum sein. Ich bin Treppe, ja. Hier ist nix. Ja, 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 der schießt hier durch die Türe, Leute. Der ist hier in dem Raum. Ist eingelockt, der warst du. Also der ist jetzt im Bad drin, oder was? Ja, der ist hier drin. Der ist hier in dem Raum. Okay. Nee, wartet mal. Wisst ihr, was wir machen? Ich laufe jetzt rüber ins Prison, weil von dem Fenster aus hast du ja ein perfektes Aim-Door hier in die Feuerwehr rein. Vielleicht steht er ja direkt vor der Türe, dann kann ich ihn wegsnipen. Snipes dann. Oder, äh... Backstein-Haushof. Backstein-Haushof. Männer, ich sehe hier drüben leider gar nichts. Ja, der hat gestern bei uns an der Base gegammelt und hat nämlich getötet. Ich weiß nicht, ob er die Wahrheit sagt, aber er meint, ich hab's ihm gesagt, er soll die Hände hochmachen und dann wird der Twister scheinlich gut verlaufen. Höchstwahrscheinlich. Ja, du wirst ja nicht, wie ihr reagiert, ne? Wenn die Hände hoch ist, ist es fein. Ja, dann... Warte. Ich darf droppen und dann gucken wir mal, was er hat. Machen wir jetzt einen auf Friendly, oder wie? Ah, Pommes-Peter, dich kennen wir doch. Nein. Bin nicht bekannt. Ja, das ist eine prekäre Sache. Was machen wir denn jetzt mit dir? Du hast einen Freund von uns getötet. Es tut mir leid. Was hast du denn hier schönes? Ich kann nichts dafür. Ich hab mich bedroht gefühlt. Was hast du denn hier schönes? V, S, D und La, oder? Hm. Also es ist schon laut in die Tür. Wie viele kommen denn da doch jetzt? Ja, das ist ein paar. Huch, das ist ja ein bisschen blöd, wenn wir dieses Mal mehr Leute haben, ne? Ich check mal kurz, ich check mal kurz weiter. Ach, das ist nice. Ja, wir regeln das jetzt ganz entspannt. Jetzt legst du einfach mal deine Plattenweste mit der Diegel auf den Boden und deine ganzen Waffen und dann darfst du auf jeden Fall am Leben bleiben. Das kann ich natürlich machen, ja. Bin ja nicht so ein. Und wir hauen dann einfach mal hier ab. Ja, nice. Ich bin ja ein Freund des Friedens. An dieser Stelle muss gesagt sein, ich hätte ihn erschießen sollen. Grüße gehen absolut nicht raus. Wir haben uns dann natürlich sofort auf den Weg raus aus Celeno gemacht, als wir plötzlich verfolgt wurden. Also mein Ziel ist eigentlich heute, diesen Puperzenpeter da wegzuholen. Puperz. Zimmern, Alter. Ach so, also wieder zurück nach Celeno? Nee, nee. Du bist doch tot. Bei mir läuft gerade ein Erseflüssig. Bitte nicht. Oh shit, Auto hinter uns. Verfolgen die uns jetzt? Was? Was? Wer ist das mit dem Auto? Genau, Alter. Boah. Ich hab dich getroffen. Ich hab dich noch mal getroffen. Da hast du. Noch einen. Einfaches Steck. Ja, kunden sie dir ab. Ja wie, jetzt angefahren kommen und nicht verstecken oder was? Ich würde mal kurz ein bisschen links gehen, um ihn ein bisschen zu umlaufen. Nein. Der rennt doch runter, oder? Nee, nee, ich sehe seinen Fuß hinter dem Auto. Der ist auf vorne. Einmal habe ich ihn gehittet. Ja, ja, ja. Ja, jetzt lass ihn überfallen. Lass ihn liegen. Lass ihn liegen, lass ihn liegen. Ich schieße ihm in den Kopf, wenn wir dort sind. Lass mich. Das ist bestimmt der. Karre ist komplett hin. Was verfolgen die uns denn? Ja, kein Plan, Alter. Aber ich glaube, die hassen uns richtig. GP Mikey. Nee, der ist eh der. Geh mal raus hier. Alter, guck mal, was wir mit dem gemacht haben. Guck mal, wie der schaut. Ich glaube, dem habe ich den Header getroffen von da hinten. Schmeiß ihn raus, Alter. Ich brauche seinen Scope. Oh, der hat einen Sniper. Was? Ja, einen CR. Ja, nee. Okay, wir waren sehr gut. Oh, ne Hose. Ja, aber Leute, lasst so schnell wie möglich jetzt weg hier. Bitte. Die hat er noch nicht. Nee, die liegt da, glaube ich, noch. Wow, Schuss nach uns. Sniper. Wald, 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 Kante. Lass erst mal zurückziehen. Erst mal zurück, zurück. Wo wir gerade hergekommen sind. Ja. Ich sehe einen. Ich sehe auch einen rechts. Schieß, schieß einfach auf ihn. Schieß einfach auf ihn, bitte. Dass die nie weiterschießen ist. Okay, bin jetzt ziemlich weit hinten. Deck euch von hinten, bis mit dem Sniper. Rechts. Wenn du von rechts rumläufst, sind die rechts. Ich cross das Feld. Einen sehe ich am Anhänger. Der rumläuft uns komplett rechts. Komplett rechts. Rechts von euch ist keiner, gell? Nee. Ich stehe beim Baum, im Busch. Aber die schießen auf mein Auto. Also die schießen auf ihn. Er hat mich voll im Blick. Ich muss schon zu nehmen. Ich sehe ihn nicht. Nein, das war doch voll drauf, Alter. Ich lieg, ich lieg am Auto. Ich kann ihn nicht spawnen. Einer ist dead. Den habe ich erwischt. Direkt am Anhänger. Einer ist rechts gepusht, irgendwie, ne? Ja, ja, ich bin hinter dem. Der ist bei mir, der ist bei mir am Auto, am Auto, am Auto. Hey, was für eine Scheiße. Ich war doch voll drauf. Ich konnte nicht wechseln. Ich sehe gerade nicht, der ist hinterm Auto, hinterm Auto. Hey, das kann doch nicht sein, dass der nicht down geht. Ich habe ihn. Achtung, rechts von uns, oben im Wald. Oh, ich kriege Hits. Ich bin ohmächtig. Ich bin auch, ich bin auch oben im Wald, was? Ich sehe ihn aber nicht. Steffen, ich pushe zu dir nach oben. Wo wir hinlaufen wollten. Ja, genau. Ich bin da aber auch links oben. Ich versuche ganz kurz, was zu spotten, da oben. Als ich schon gekroffen habe, war es zu spät. Ich habe ihn. Sehr gut. Habe ihn. Also, maybe noch ein dritter, Achtung. Mit der Blaze, habe ihn. Mich hat irgendwas schallgedämpft. Ich bin schon so im Kreisweg. Ja, Pommes, Peter. Nein, nicht dein Ernst. Dann hätten wir ihn doch abknallen sollen. Ja, ja. Ich bin tot. Der ist direkt beim Baum. Ich sehe ihn da vorne am Baum. Schüsse warst du denn? Ja, ja. Direkt am Baum. Direkt am Baum. Ja, Schuss war ich. War ich. Der läuft da vorne. Direkt an dem großen Baum. Ich habe gerade gar keinem Weg gerade. Ja, nee. Ich treffe gerade gar nichts, Alter. Gulasch hier. Ich move noch mal ein bisschen weiter nach links. Deine Empfehl. Rechts rum oder links rum schneller? Ey, lass mal hinten im Wald, weil die wissen, wo wir stehen. Wir stehen die ganze Zeit gleich. Ja, komm, lass durchziehen. Scheiße, ey. Den hätte ich jetzt noch gern gehabt. Aber ja, lass weg. Kurze Info hier an dieser Stelle. Nachdem wir natürlich Verluste auf dem Feld erlitten haben, haben wir uns gedacht, wir laufen so schnell wie möglich aufs Airfield, um uns natürlich wieder mega auszurüsten und natürlich unseren Mates etwas mitzubringen. Doch wie soll es auch anders sein? Plötzlich wurde auf uns aus einem der Türme geschossen. Was ist bloß in der Schwenkstand? Ah! Du Bosse! Oh! Hey! Kunde, was ist denn mit dem? Digga, ich... Nee, ich verpack das heute nicht mehr, Digga. Kein Bock mehr auf das Game. Aus einem offenen Prison kommt der Zombie rausgesteuert. Ich habe keinen Verwandt mehr. Oh, mein Geld ist schon. Mach zu! Mach den weg! Mach es weg! Ich mache es so weg. Mach es weg! Ich schlag ihm die Scheiße aus dem Leib. Und ich höre gar nicht auf, Alter. Ich bin Kamenzk. Kamenzk? Was machst du denn da oben? Ich weiß es nicht. Und wir? Jetzt haben wir Zombies. Wer hat geschossen? Das schnappt. Ich hätte was ganz am Wagen sind. Du musst jetzt rausgehen und die Zombies wegmachen. Das war deine Schuld. Das ist, glaube ich, bloß einer. Komm, wie ihr uns anguckt. Weißt du, so als ob wir Mitleid kriegen würden. Weißt du? Geh da raus jetzt! Mach ihn weg! Ja, ist ja klar, Digga! Ich habe einen Schnitt. Ich habe einen Schnitt. Jetzt wird es uns ernst. Ich habe keine Reaktion. Jetzt wird es richtig ernst. Warte, ich droppe gleich welche. Ich habe auch einen Schnitt. Was ist denn das für ein Zombie? Äh, warte, ich droppe, ich droppe, ich droppe. Ja. Ach, mein Gott. Alter. Alter. Wer ist da? Achso. Das glaube ich ja nicht, was hier schon wieder los ist. Ja. So. Ich wollte jetzt nochmal gucken mit diesem Glitch, den ich da geschafft habe, wo ich dann getötet wurde. Ich höre wieder ein Zombie. Ja. Hat ihn am Glitchen? Ja, guck mal. So bin ich im Prison gestorben, als wir den Feig in Celeno hatten. Ah, nein, nicht so. Verdammt. Jetzt pass auf. So. Siehst du, ich kann nichts tun. Und dadurch bist du gestorben. Dadurch bin ich gestorben, weil ich direkt vor die Türe gerutscht bin. Das hatte ich letztens, wo wir aus dem Bunker raus sind. Da bin ich die Bunkerwand so lang gemitscht, so komisch. Ja, genau. So ein Schmutz. Was will denn der? Hallo, Neusier. Och. Hey, kippt doch um, Zombie. Fingen wir schon hin? Ich krieg so was kotzen, Alter. Ne, 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 das ist triggert. Wie von anderen Leuten. Ey, das ist doch zum... Ja, moin. Ach, typisch. Ja, moin. Ja, ja. Das ist einfach... Ich sag dir, ne, Digger, ich hätte einen Schlaganfall bekommen. Okay, vielleicht kommt er jetzt. Also, Safe-Baustelle Richtung. Ja, hinterm... Ich hab's Fenster im Blick oben. Wenn einer von euch hochkommt, sag Bescheid. Weil egal, was jetzt reinkommt, was die Töte ist. Ich bin da, wo die Neuss erschossen wurde. Im Nebenthal. Ich sitz vor dem Hangar. Das ist überhaupt gerade umgekehrt. Oh, Mama. Sorry. Ne, ne, gehert. Ich bin vorletzten quasi. Werft auf jeden Fall bitte keine Granate mehr. Ne, ne. Bevor ihr mich tötet. Weil ich bin eh schon gelb. Ich seh einen oben im Wald liegen. Orangene Armbinde. Wer? Abgeteilt. Abgeteilt. Der ist noch nicht. Ist das? Nice. Ich move. Der war rechts... Genau hinterm Turm oben auf den Bergen. Ja, der hat mich nämlich gesnipet. Lebst du noch oder bist du eigentlich unconscious? Ich lebe noch. Ich war unconscious. Nice one. Ich bin gelbes Leben. Er hat gerade dafür gewichst. Ich weiß, wie schlecht kommt der jetzt runter. Bart hat wieder Waffe gewechselt. Das war das Weg, das Weg. Achso. Ich bin jetzt, wenn du hochkommst links, da bin ich direkt. Unten in dem Raum. Denk mal, dass er jetzt hinten hochläuft, dass er Deckung hat an den Steinen. Schuss. Da liegt noch einer. Da liegt noch einer. Habt ihr geschossen? Wer sind die Schall gedämpft? Ich hab gerade geschossen. Ja, ich hab gerade die Granate. Pionier geschossen. Ich hab eine Granate. Da liegt noch einer. Ich werf jetzt, werf die jetzt hoch. Pass auf, wo bist du? Ich bin im zweiten Raum. Ich werf jetzt ganz hoch. Die Granate. Mach doch. Komm, Alter. Scheiß nicht rein spielen. Oh, scheiß rein. Er moved oben. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Atem, Atem, Atem. Nee, das ist, glaub, unserer. Oben am Fenster. Zweiter Stock. Zwei Leute. Grüner Armbind im Busch bist du. Ja, bin ich. Und rechts hinter mir liegt die Leiche oben auf dem Berg. Ich bin neben Opfern und probieren zu spielen. Ich bin Celino. Ist keiner. Naja, hier oben ist nix. Dann hat er doch geschwitzt. Dann war es doch mal anders. Nix. Ja, hier oben ist nix. Das war aber auch einer mit den Staben. Opfer, Alter. Ja? Oben ist sauber, jetzt ist halt nur neues Fleisch hier, leider. Ist das Schneiderin? Nein. Ist kein Messer. Nimm, bedient euch. Ich hab ein Messer. Aber bleib deine oben, dass wenn er sich einloggt. Nimm da ist was mit. Machenhuse. Martin, wann kommst du ein schönes Geschehen an? Gleich, ich fahr nochmal ne schöne Runde mit den Haupten Heli-Querschen, aber. Ich komm mal, seid ihr im Turm? Ja. Wieder nais. Dann pushen wir euch mal. Let's go. Jetzt kommt's, Alter, kommt irgendwie so'n Typ, der, keine Ahnung, so'n Granat hat und sprengt sich hier in die Luft. Jetzt wird's aber ganz komisch hier. Boah, hinterm Tisch, Alter. Ich kann nicht hin, Alter. Was ist denn das hier? Oh, Zecho stirbt, Alter. Das war schlimm. Zecho, brauchst du ne T-Bade? Nee, bitte. Okay, Zecho, abgenein, der ist der Gegner geworden, der ist der Gegner geworden. So'n Türken, Türken drin. Da liegt ein grüner, da liegt ein grüner Teilzeit-Häufel, der hat sich auch geschlossen. Weg mit dem. Irgendwas stimmt mit mir. Mit meinem Charakter stimmt was nicht. Alles kann, nichts muss, oder was? Nö, das Scherchen kommt. Oh, anlegen. Ich hab die, äh, Armbarne... Weiß nicht, ich bin nicht so für Orange. Orange ist schon übel auffällig. Ich bin lieber Rot zu haben, weißt du? Rot ist besser. Der schwarze, äh, schwarze Armbarne muss aber auch sein, aber du siehst, wie es ist. Weg! Wir müssen weg! Weg, weg, weg! Oh mein Gott! Warum? Oh, es leckt. Die Zone direkt bei uns? Die ist so tot, Alter. Die sind so tot. Nee, die ist nie bei uns, die ist da drüben. Aber die kommt, aber die kommt, oder? Ich glaub schon. War das so ne Bombe, oder was? Ja, ich glaub nie, dass die bis zu unten... Nee, die reichen nicht bis zu. Nein, 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 okay, okay. Alter, Junge! Hey! Was ist das schon wieder hier, Alter? Dann weißt du... Das hatte ich mit einem schmerzigen Lemburg. Ich sitze in Lemburg und mache auch Faxen. Oder wenn man geht es genau über uns... Hat es heute noch jemand in Gott, ey? So, liebe Leute, wir wären dann auch schon wieder am Ende von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann zeig es mir doch einfach. Gib mir einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und wie gewohnt, hier in der Endscreen habt ihr noch andere Daisy-Videos verlinkt. Schaut doch da vorbei, vielleicht findet ihr ja das eine oder andere gute Video. Und in diesem Sinne, bleibt geschmatig, bis zum nächsten Mal.